Symphüse oder auch Schambein genannt im Volksmund, die kann richtig, richtig Ärger machen, gerade in der Schwangerschaft. Was es damit auf sich hat mit diesem kleinen Penüppelchen und wie man dem Ganzen entgegnen kann und warum das in der Schwangerschaft so wehtut, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Med, Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich eigentlich dir helfen, dir besser und selbst helfen zu können. Das mache ich alles mit meinem Fachwissen für Blau und was du mir dafür zurückgeben könntest, wäre ein kleines Abo. Das wäre ganz nett. Ja, Symphüse, vorne die Verbindung des knöchernden Beckens. Ist ja auch ganz logisch vom Körper, jetzt nicht so einen Ring zu machen aus Knochen, der sich überhaupt nicht bewegen kann, denn gerade beim Laufen oder auch bei der Schwangerschaft oder auch der Geburt braucht man ja irgendwie so einen leichten, elastischen Gelenkansatz. Und ja, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Ding hier nicht nur einfach ein Knorpel, sondern tatsächlich ein Gelenk. Das ist ganz neuste wissenschaftliche Erkenntnis. Es gibt nämlich einen Gelenkspalt, eine Gelenkfläche, eine vordere und eine hintere Kapsel. Also laut Definition, ja, ist das nicht einfach so ein Knorpelscheibchen, sondern wirklich richtiges Gelenk. Aber wenn wir ehrlich sind, so Gelenke, die haben eigentlich einen größeren Bewegungsradius als dieses kleine Ding hier, wo wir von wenigen Millimetern sprechen. Aber nichtsdestotrotz ist das eben so. So, und das Ding kann wirklich richtig wehtun und das kennen Schwangere zuhauf. Ich sage gleich noch was zu der statistischen Verteilung, aber so viel sei schon mal vorweggenommen. Jede Zweite hat die Symphysse schon mal gemerkt während der Schwangerschaft. Und man denkt sich natürlich, ist ja auch logisch, wenn da so ein Kind im Becken liegt, dann drückt das das ja vorne richtig auf. Aber so ein Kind ist am Anfang noch gar nicht so tief im Becken drin, dass da irgendwas aufgedehnt werden könnte. Und ja, klar, die Beckenschaufeln, die drücken schon so ein bisschen auseinander, weil eine Gebärmutter ja auch größer wird. Das macht alles Sinn. Aber so richtig erklärt es das noch nicht, warum auf einmal hier vorne so eine Elastizität reinkommt. Und da sind wir wieder bei den lieben guten alten Hormonen. Ich habe ja schon bei dem Video Zyklusbasiertes Training drüber gesprochen, was gerade auch Progesteron, das Gelbkörperhormon, was für Einflüsse es haben kann auf Gelenke. Es macht nämlich diese Gelenke elastischer. Und das ist natürlich auch gewollt. Es soll ja alles elastischer sein, aber das kann natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft sein, wenn die Dehnung zu groß ist. Also physiologisch betrachtet ist die Bewegung hier vorne normal. Aber sobald da heftige Schmerzen reinkommen und bestimmte Bewegungen, zu denen ich gleich noch komme, sehr, sehr müßig nur noch durchführbar sind, dann sprechen wir von so einer Symphysenlockerung. Und die ist natürlich lästig. Und was du dagegen machen kannst, das erzähle ich dir gleich auch noch. Ein weiteres Hormon, was sich an dieser Lockerheit ein bisschen beteiligt, ist das sogenannte Relaxin, was in der Schwangerschaft extrem stark ausgestüttet wird und alle Gewebe ein bisschen auflockert. Ob es der Gebärmutterhals ist, so ein Muttermund oder eben auch solche Geschichten. Also Relaxin, Östrogen, aber auch Progesteron haben extremen Einfluss eben auf unsere Gelenke. Nicht nur Tipps zum Symphysenspalt, sondern alle Tipps rund um die Geburtsvorbereitung findest du in dem Online-Geburtsvorbereitungskurs von Richtig Wissen. Ich bin da beteiligt, aber auch die Hebammen Anja und Marie und wir geben dir wirklich interner Wissen aus den Kreißsälen mit, geben dir Tipps, Tricks und Kniffe mit, was eben nicht in dem Lehrbuch XY steht, sondern wirklich ganz, ganz praktische Anwendungen hat. Außerdem auch cool, es gibt ein Bundle als Partner, Partnerin, das heißt auch die beteiligte Person nebenan, weiß genau, was wann zu tun ist und gibt auch Tipps und Tricks auf dieser Seite. Also ein Rundumpaket, immer abrufbar auf jedem Endgerät, weil online verfügbar, einfach zurückspulen und wieder vorspulen. Alles mit drin darfst du dir gerne mal anschauen, hier klicken und dann kommst du direkt zum Produkt. Fragst du dich vielleicht auch, ich bin beste Freundin, gleiche Schwangerschaftswoche, das Kind ist identisch, groß, gleiche Geschlecht, alles ist gleich, trotzdem hat sie keine Schmerzen, aber ich habe die Schmerzen. Woran liegt das? Tja, das kannst du mir vielleicht beantworten. So richtig klare Aussagen dazu gibt es noch nicht. Es gibt Hinweise dafür, dass vielleicht eine Hypovitaminose die Ursache ist von Vitamin D, also Vitamin D-Mangel auf gut Deutsch, oder eben, dass der Calciumstoffwechsel nicht optimal ist. Das sind so zwei, drei kleine Sachen, die man vielleicht auch checken kann. Aber es gibt eben auch Bindegewebsschwächen, genetische Ursachen oder idiopathische Dinge, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Warum die eine Frau eben Symphyse Schmerzen hat, wegen einer Lockerung und die nächste einfach nicht. So, kommen wir aber erst noch mal zu der Symptomatik. Die Schmerzen, die haben wir jetzt besprochen. Okay, Schmerzen kann man natürlich auch mal in diesem Bereich der Symphyse des Schambeins haben. Kann auch mal eine Blasenentzündung sein. Es können auch mal die sogenannten Mutterbänder sein. Dazu wollte ich auch mal ein Video machen. Wenn dich das interessiert, schreib es mir mal in die Kommentare. Mutterbänder ist ja auch ein riesen, riesen Thema. Es können auch mal vorzeitige Wehen sein. Also, wenn ihr sagt, ich habe hier vorne so Schmerzen, dann müssen wir natürlich an viele Dinge denken und nicht nur an die Symphyse. Wenn du aber erzählst, ja, dass aus dem Bett kommen, das ist super schwierig. Treppensteigen, richtig komisch. Ich watschle auch ganz merkwürdig wie so ein Pinguin. Rückwärts gehen funktioniert viel besser. Einbeinstand ist fast unmöglich oder ganz, ganz schwierig. Dann sind wir natürlich sehr, sehr stark bei der Symphyse, weil das sind so ganz klassische Anzeichen, dass die Symphyse gelockert wird und eine Instabilität im Becken vonstattengegangen ist. In der Literatur findet man noch Schmerzen beim Aufstehen, beim Bücken, beim Heben von Dingen. Ganz ehrlich, eine hochschwangere hat in dieser Phase Schmerzen bei diesen Aktivitäten, auch ohne, dass die Symphyse vielleicht gelockert ist. Deswegen könnt ihr euch das für den Hinterkopf natürlich merken, aber das ist sehr, sehr schwammig und nicht ganz differenziert, sage ich mal, auf die Symphyse-Schmerzen. Ja, das Ganze kann in der Schwangerschaft schon vonstatten gehen und viele Zweit-, Dritt-, Viert-Schwangere berichten auch, dass das viel früher losgeht, als es vielleicht bei der ersten Schwangerschaft der Fall war. Es kann in wahnsinnig frühen Wochen schon passieren, weil vielleicht da schon eine Vordehnung stattgefunden hat im Vorfeld. Aber ja, auch im Wochenbett oder nach der Geburt können solche Symphyse-Schmerzen erst auftreten, weil eben bei einer Vaginalgeburt zum Beispiel diese Dehnung auf den Symphyse-Spalt natürlich auch eine etwas größere ist. In Klammern, gar nicht so groß, wie man möchte, denn es gab Studien, die haben einfach während einer Spontangeburt, also einer Vaginalgeburt, gemessen, wie sich dieser Symphyse-Spalt ändert und das sind wenige Millimeter. Also man hat sich jetzt nicht vorzustellen, dass das so demonstrativ, wie ich das gemacht habe, hier um Zentimeter aufgedehnt wird, sondern das sind tatsächlich nur ganz, ganz wenige Millimeter. Jede zweite Schwangere hat Symphyse-Schmerzen, haben wir darüber gesprochen, und ein Viertel hat sogar extreme Schmerzen, sodass sie sagt, das stört mich, ich möchte jetzt dagegen was tun. Ja, und nach der Geburt besteht das Problem bei jeder vierten Wöchnerin noch weiter. Also die logische Konsequenz, Kind ist draußen, diese Dehnung ist weg, ist bei der jeden vierten Schwangeren eben nicht der Fall, sondern die Schmerzen können da sogar auch bleiben oder sogar stärker werden. Jetzt kommen wir zu einer Komplikation der Symphyse-Sprengung, also dass das wirklich peng auseinander springt. Da haben viele, viele Angst vor, die da Schmerzen haben, dass unter einer vaginalen Geburt das passiert. Ich sage euch mal die Prozentzahl, mit welcher Wahrscheinlichkeit sowas vorkommt. Das sind nämlich 0,005 bis 0,8 Prozent. Also wir sprechen hier von einem sehr unwahrscheinlichen Ereignis. So, du kommst jetzt zu mir zum Beispiel in die Praxis, sagst, Herr Wagner, ich habe Symphyse-Schmerzen. Ist das überhaupt die Symphyse? Dann muss ich natürlich genau die Fragen stellen, die ich gerade gefragt habe, ob es da irgendwie andere Symptome gibt, Einbahnstand und so weiter. Hatten wir alles. Aber was kann ich noch machen, um das Ganze zu verifizieren? Ja, Ultraschall vom Symphyse-Spalt kann man machen. Über 10 Millimeter, also dem Zentimeter ist das Ganze auch pathologisch und gerade auch eine Stufenbildung zum Beispiel wäre pathologisch. Der Ultraschall muss natürlich auch gekonnt sein. Das ist jetzt etwas, was nicht ganz schwierig ist, aber man muss halt ein paar Mal gemacht haben, um es gut ausmessen zu können. Aber sonst zählt tatsächlich eure Erzählungen, dass wir sagen können, es ist die Symphyse und nicht irgendwas anderes. Ich habe schon erwähnt, natürlich müssen andere Dinge ausgeschlossen werden, aber sind die ausgeschlossen und es passt, was ihr uns erzählt, dann ist es die Symphyse und nichts anderes. Ja, kommen wir zu dem Punkt, was können wir denn dagegen tun? Und jetzt wird es vielleicht etwas frustrierend erstmal, aber vielleicht dann auch doch nicht. So, fangen wir mal mit den Hausmittelchen an. Und ich zitiere jetzt auch ein bisschen Literatur, da muss man auch ein bisschen schmunzeln. Wenn einem etwas wehtut, sollte man doch möglichst zusehen, dass man diese Bewegungen nicht macht, die einem wehtun. Also Treppen steigen, auf einem Bein stehen etc. Das ist, glaube ich, logisch und ich glaube, das machen instinktiv auch alle, die irgendwie darauf verzichten können. Wenn du jetzt aber im dritten Stockwerk wohnst, dann kannst du schlecht die Treppen hochfliegen, sondern musst die Treppe gehen. Deswegen lassen wir mal so sacken. Okay, wir vermeiden einfach das Schmerzereignis. Wir vermeiden große Schritte, Scherbewegungen, Hüpfen auf einem Bein, ist alles klar. Alles, was da unangenehm ist, zur Instabilität führt, wollen wir mal sein lassen. Beim Schlafengehen hast du vielleicht auch schon mal gehört, das Kissen zwischen die Beine, vielleicht machst du das eh schon immer, dass du irgendwas zwischen den Beinen, zwischen den Knien hast, ist auch hier gut, weil das schön diese Symphyse stabilisiert. Und auch beim Umdrehen im Bett sollte man gucken, wenn man so im Halbschlaf ist, dass man das so fortführt, eben die Beine zusammen lässt und vielleicht mit dem Kissen sich sogar umdreht, dass man gar nicht in die Bredouille kommt, die Beine so auseinanderzuschlagen. Beckenbodenübung, immer gut, auch in der Schwangerschaft, gerade auch präventiv für danach ist gut, aber auch eben für die Symphyse, denn was ist denn hier unten drin, der Beckenboden und was kann ich tun, wenn der gut trainiert und angesteuert wird? Er kann eben zur Stabilität der ganzen unteren Extremität führen, aber eben auch der Symphyse. Von daher Beckenbodentraining auch jetzt schon in der Schwangerschaft gerne gesehen. Aquagymnastik, Wassergymnastik, Schwerelosigkeit immer gut, nicht immer regelmäßig machbar. Ja, viele mögen es auch nicht, aber klar, wenn man schwerelos sein kann und trotzdem ein bisschen was trainieren kann, ist das eine gute Sache. Jetzt gibt es ja so interessante Hüftmieder, heißen sie ja, wie aus den 20er Jahren oder auch Gürtel, die man sich so umlegt. Die gibt es in verschiedensten Konstellationen mit solchen Apparaturen hier, die einfach dafür sorgen sollen, dass das ganze Becken ein Stück weit stabil bleibt, vor allen Dingen bei den Bewegungen. Hier geht es wirklich um die Aktivität im Alltag. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, es bringt mir gar nichts. Wir können es aber in der Gündpraxis rezeptieren. Das heißt, ihr könnt zum Sanitätshaus eurer Wahl gehen und sagen, hier ist Rezept und dann wird das quasi individuell für euch ausgehändigt und angepasst. Also kostet nichts, bezahlt die Krankenkasse, probieren kann man es mal bei Temperaturen von 40 Grad nicht das angenehmste der Welt, aber wenn es hilft, bitteschön. Ja, wenn wir beim Beckenboden trainieren sind, sind wir auch irgendwie bei der Physiotherapie und wenn wir das kombinieren wollen mit Physio-Pelvika-TherapeutInnen, ist das natürlich eine großartige Sache. Physio geht jetzt nicht darum, nur den Beckenboden zu trainieren, sondern die ganze Rumpfmuskulatur einfach zu stabilisieren, dass eben dieser Spielraum hier minimiert wird, dass wir lernen, wie wir uns richtig bewegen, wie wir richtig aufstehen etc. Also haben wir schon so drei, vier präventive Punkte genannt, die echt gut funktionieren und die man auf jeden Fall auch machen sollte. Was ist mit Schmerztherapie? Paracetamol geht ja auch nach neuesten, endlich wieder Studien, die gesagt haben, alles cool, geht ja die ganze Schwangerschaft. Ist nicht ganz so schmerzpotent, ist eher so ein Fiebersenker, aber besser als nischt. Vor allen Dingen Frauen, die ganz, ganz starke Schmerzen haben, profitieren dann natürlich schon, wenn sie mal eine Paracetamol nehmen, wenn es ganz, ganz heftig ist. Ibuprofen am Anfang auch möglich, Achtung, bis zur gewissen Woche, der 28. Schwangerschaftswoche, danach auf keinen Fall mehr einnehmen, kann zu Gefäßverschlüssen beim Kind führen, die wirklich fatal sein können. Was machen wir nach der Geburt, wenn es vorher eigentlich okay war und nach der Geburt ist es ganz schlimm? Alles das, was wir jetzt beschrieben haben, eigentlich auch. Bei den Medikamenten muss man natürlich auf die Stilltauglichkeit achten und was machen die Ärzte am allerliebsten? Wait and see, lass mal gucken, ein bisschen Zeit vergehen, ob es wieder besser wird und tatsächlich nach vier bis sechs Wochen wird häufig dieses Symptom besser. Übrigens auch, was die Steißschmerzen angeht nach einer Geburt, da braucht es manchmal ein bisschen Zeit und dann wird es aber von automatisch besser. Trotzdem, was wir gesagt haben, Physiotherapie, Gymnastik, Kissen zwischen die Beine, all das kann man natürlich trotzdem präventiv und auch in dem Moment, wo es hart ist, machen. Aber klar, sollten Beschwerden bleiben, sollten es extreme Schmerzen sein, hast du eine wahnsinnige Instabilität, dass du fast schon umfällst im Stand zum Beispiel, unbedingt abklären lassen. Und das kann erst mal die Gyn sein, das kann aber auch dann die Orthopädin sein. Der Orthopäde, da muss einfach dann weiter nachgeschaut werden. Und wenn du wissen willst, was vorzeitige Wehen sind, wie die sich äußern und unterscheiden zu Geburtsfehlen, kann ich dir dieses Video hier empfehlen. Und was ich dir auch empfehlen kann, ist, dass du mir ein Abo dalässt. Das wäre super nett. Dann kann ich hier weitermachen, dich aufzuschlauen.